Ein Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder, Jesse, und ich habe mal ein paar Dinge mitgebracht, die ihr einfach über Diablo 4 noch nicht wusstet. Ich dachte mir so, hey, jetzt habe ich so viele Sachen von Diablo 4 schon, Demo gespielt und, und, und. Wie wäre es denn, mal ein paar Punkte aufzuzählen, die ihr einfach nicht kennt oder wo vielleicht viele nicht ganz up-to-date sind, weil 2019 war ja die Ankündigung und jetzt wird einfach mal Zeit, hier die Daten ein bisschen up-to-daten. Ich fange auch gleich mit meiner Meinung nach einem der wichtigsten Punkte überhaupt an, Runen. Runen sind, ja, Runen gehören einfach zu Diablo, wenn wir ehrlich sind, aber Diablo 4 hat keine Runen. Also das Bild, was ihr hier im Hintergrund seht, das damals aufkam, das wurde wieder komplett gekickt und rausgeworfen, weil das Runensystem an und für sich, so wie es Blizzard gerne gehabt hätte, zu schlecht funktioniert hat, deswegen wurde das auf die lange Bank geschoben und wird erst in einem späteren Verlauf per DLC oder Season-Thema und so weiter wieder in Diablo 4 reinkommen. Also Diablo 4 zum Start, keine Runen. Und wenn wir schon bei Sachen sind, die es nicht gibt, das Nächste, was es nicht gibt in Diablo 4 sind Sets. Na ja, da denkt sich jetzt der eine oder andere wieder, wow, wow, was hat der Österreicher gerade gesagt? Ja, Diablo 4 startet ohne Sets, keine grünen Item, keine Setboni. Das bedeutet, Blizzard sagt euch nicht, wie ihr eure Klasse zu spielen habt. Wir reden jetzt nicht von den optischen Anpassungen, wie ihr es im Hintergrund seht. Es wird natürlich genügend Items geben, die zusammenpassen, dass das Ganze cool aussieht, sondern wir reden wirklich von den knallharten Stats, dass wenn man einen Boni kombiniert oder mehrerer Teile von einem Gegenstand findet, dass es dann heißt, okay, das ist ein Setboni, 10.000% mehr Schaden und Give-In. Das gibt es in Diablo 4 auch nicht und finde ich gut, weil freie Bildwahl. Nummer 3 kennt ihr sicher nicht. Drops und Looks. Ja, ich war selbst überrascht, aber in Diablo 4 ändert sich das Aussehen der gedroppten Items nach Zonen. Jetzt müsst ihr aufpassen. Das bedeutet, wenn wir im Sumpf ein Monster erschlagen und das droppt uns ein Item, dann sieht das anders aus wie ein Item, was wir zum Beispiel in der Wüste kriegen, wenn wir dort ein Monster erschlagen und das könnte das gleiche Item sein. Also gleiche Items in unterschiedlichen Gebieten gedroppt, sehen unterschiedlich aus und daher bin ich mir hundertprozentig sicher, je nach dem Look, was euch gut gefällt, seid ihr so mehr der sumpfige Abenteurer oder der wüstige Abenteurer oder der kälte Abenteuer, weil ihr super cool seid, könnt ihr in den Gebieten farmen, bis ihr einfach ein runder Set habt und müsst nicht mit der Kreditkarte durch den Shop gehen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr positive Entwicklung. Gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut, dass man hier auch gut aussieht, wenn man nicht bezahlt hat. Dann direkt eines darauf gesetzt, also auf den Drops und so weiter, gibt es hier noch den besseren Loot bei höheren Schwierigkeitsgraden. Ist schon die Nummer 4. Je höher ihr die Weltstufe stellt, weil es gibt ja in dem Sinn keine Qualstufen oder so, aber je höher die Weltstufe stellt, umso besser wird der Loot. Es gibt sogar einige Sachen, die könnt ihr erst in den höchsten Stufen finden. Da gehen wir jetzt nicht auf die Qualität der Items, Legendaries und einzigartige Gegenstände drauf ein, nur dass ihr mal im Hinterkopf habt, hey, wenn ich hochstellen kann und wenn ich es schaffe, stelle ich hoch, weil da kommen bessere Items. Nicht vergessen, für jedes Mal hochstellen, kriegt ihr zack 10 oder 15% Strafe drauf. Dann wird alles stärker. Hatten wir beim letzten Video. Einfach nur, damit ihr auf den Schirm habt. Und jetzt mehr oder weniger für die goldene Mitte, die Nummer 5, habe ich mir was aufgehoben, was einfach jeden von euch ein Lachen ins Gesicht zaubern wird. BVB ist nur für kosmetische Items notwendig. Das heißt also, wenn ihr hier auf den Schlachtfeldern euch die Köpfe einschlagt mit anderen, dann kriegt ihr ja diese Blutsplitter hier am Ende, die abgegeben werden können. Da gibt es eigene Händler in eigenen Dörfern dafür. Und dann könnt ihr euch dort kosmetische Items holen. Das heißt, BVB ist nach aktuellem Stand von Diablo 4 zum Release ein rein optionales Feature. Und die Leute werden dort nicht reingeknechtet, weil ihr braucht das auch nicht für euren Codex, um noch zusätzliche Skillpunkte und so weiter freizuspielen. Ja, ich nehme mal an, das ist eine sehr gute Nachricht. Das wird den ein oder anderen freuen. Gerne Smiley dann in die Kommentare. Ich weiß, dass es euch freut. Mich freut es auch, dass das Ganze optional ist. So, Punkt Nummer 6. Season Dauer und Preis. Eine Diablo 3 Season sollte eigentlich drei Monate dauern. Mittlerweile sind wir bei fünf oder sechs Monaten. Diablo 4 setzt hier gleich an. Bedeutet Diablo 4 Season Dauer drei Monate. Preis 10 bis 15 Euro für die gesamten drei Monate. Also, man zahlt einmal für die Season für diesen Premium Battle Pass und dann kann man die ganze Season diesen Premium Battle Pass freispielen. Ist auch wieder rein optional. Man weiß noch nicht genau, was in diesem Pass drin ist. Es gibt sowieso auch einen normalen Battle Pass, der mitläuft, den jeder hat und jeder freispielt. Bei dem anderen soll es angeblich nur rein kosmetische Items geben. Und Balladium, das ist die In-Game-Währung für den Shop, um euch vielleicht für das Pferd neuen Sattel, also den Style eines neuen Sattels zu kaufen, werden wir dann sehen. Aktuell Season Dauer und Preis haben wir hier. Punkt Nummer 7 ist Handeln in Diablo 4. Ja, das Trading ist immer ein riesiges Thema in Diablo 3. Es ist so, ihr könnt nur weitergeben innerhalb von zwei Stunden, wenn die Leute in eurer Gruppe sind. In Diablo 4 wird das ein bisschen aufgebrochen. Diablo 4 können wir Items handeln. Gewisse Items, also die höchsten und besten Items, werden nicht handelbar sein und nicht modifizierte Items. Bedeutet also, wenn ihr jetzt ein Item habt, zum Beispiel einen Kopf und ihr rollt da einen Sockel rein, dann könnt ihr den anschließend nicht mehr weitergeben. Oder ihr schmiedet irgendwas um oder so. Das ist der aktuelle Stand der Dinge, trotzdem gut. Dann Punkt Nummer 8, Spielen mit Freunden. Die Frage kommt zu verhäufig. Ja, ihr werdet als PC-Spieler mit Xbox und Playstation-Spieler, also Konsolenspieler, zusammenspielen können und umgekehrt. Also Diablo besitzt Crossplay nennt sich das und Cross-Progress bedeutet, du kannst am PC Diablo 4 spielen, dich dann im PC ausschalten, auf die Couch setzen und kannst dort weiterspielen. Kleiner Nachteil, da müsst ihr das Spiel zweimal kaufen. Also wenn ihr das Spiel am PC und auf der Konsole spielen wollt, müsst ihr es zweimal kaufen. Aber Diablo 4 kommt mit Crossplay, Cross-Progress, Ultraweit und Controller-Unterstützung und alles, was man sich mehr oder weniger darum oder darüber auch noch so vorstellen kann, dass das eine abgerundete Sache wird. Ich weiß nicht, ob die Spieler, welche auf der Konsole sind, dann markiert werden oder auf dem PC, also dass das mit einem Symbol ersichtlich ist. Wer denn wo spielt, ist auch komplett irrelevant. Im Prinzip alle spielen wir gemeinsam. Gast auch perfekt, weil dann könnt ihr hier bei uns auf den größten deutschsprachigen Diablo-Discord joinen mit 20.000 Mitgliedern für die Gruppensuche. Der Discord ist unterhalb nochmal verlinkt, sowie auch hier die ganzen Punkte. Dann seid ihr nämlich ready to go und wenn ihr mal eine Gruppe sucht, braucht ihr nicht ewig lang rumsuchen. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, hey, was ist denn jetzt noch für ein Punkt, Scheiße, was hast du noch was? Ich habe noch einen Ausblick mitgebracht, ja. Ihr kennt ja vielleicht Leaky Rocks, ja. Klar, das bin ich, wenn ich schon drei Wochen früher was sage, obwohl es gar nicht stimmt am Anfang und dann stimmt es doch. Die neueste Klasse in Diablo 4, die Gerüchte laufen rauf und runter, aber es gibt Anzeichen, dass die sechste Klasse, also die kommende Klasse dann, die nächste, wahrscheinlich schon zum Ende des Jahres hin, könnte ein Paladin oder ein Kreuzritter sein. Punkt 1, es fehlt eben eine Holy-Klasse. Punkt 2, es wurde auch in diversen Interviews schon mal auf Schwertschild und so weiter oder Speerschild aufmerksam gemacht, aber es gibt aktuell noch keine Klasse in Diablo 4, was Speerschild oder Schwertschild tragen kann. Also wird auf jeden Fall spannend und deswegen eine kleine Prediction, die fehlende Klasse oder die sechste und erste neue Klasse im Paladin oder Kreuzritter. Eure Meinung für die Klasse, was hättet ihr gern? Ab damit in die Kommentare. Die Punkte, die ihr nicht wusstet, die wisst ihr jetzt. Könnt ihr auch gerne reinschreiben, wie viele Punkte euch davon bekannt waren von den neuen oder wie viele nicht. Jetzt würde ich mich noch über einen Daumen rauf freuen und wünsche euch wie immer natürlich viel Spaß, viel Glück und bis zum nächsten Mal.